Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man. Ach, die letzte Folge ein bisschen, sag ich mal, eskaliert ist. Spiel wir jetzt mal hier mit den Gutsmen. Da ich mir mal ein Video auf YouTube angesehen habe, die große Special Plattform, wo sie alle den hier als zweites zocken, dachte ich mir, ja, dann musst du spielen. Och, geht schon gut los hier. Hallo. Datei will mich flaxen, ne? Geht doch. Was ist denn da für... Macht der die Luge rauf, ja. Ja, ich weiß, wie hier funktioniert. Wann kommt's, wann kommt's? Hallo? Achso. Jo, ist in Ordnung. Davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen. Da haben wir jetzt einfach mal durchschrushen, ja. Keine Lust auf euch. Zack, zack. Oh, beinahe wieder in den Tod gesprungen. Oh, das wollen wir ja nicht. Gutsmen, ich komme. Runter. Lol. Alter, kann ich mir mal sagen, wer das programmiert hat und welcher Typ hat das durchgespielt, bitteschön. Alter, das Spiel würde ich... Das hätte ich damals gekauft und direkt wieder verkauft, Mann. Das ist ja... Das ist ja... Das ist viel zu anspruchsvoll für die heute Jugend, ja. Rüber. So, jetzt geht's ja. Vor allem, weil die Steuerung auch so behindert ist. Dann fahren wir mal hier hin. Ja, ich war doch drauf. Ja, continue it, Mann. Ach, komm, geh mir aus der Sonne hier. Was gehört von aus der Sonne? Nicht, ich auch nicht. So. Wie machen wir das jetzt? Wir lassen ihn einfach jetzt vorbeiziehen, oder ne? Dix, ich drück doch. Meine Fresse, Alter. Wie kann das sein, dass man da nicht weiterkommt, Alter? Das ist ein Anfang des Levels. Hallo? Ja. Ist in Ordnung, Alter. Gleicher Tissus. Was, was habe ich mir angetan, frage ich mich? Ah, YouTube-Videos. Hm. Alles so easy aus. Und danach spielt man selber die Gülle, Alter. Was für eine scheiß Steuerung das scheiß Game eigentlich nur hat. Ja, Sponsor. Alles klar, Alter. Ten years ago, ten years later, ten years. Hallo? Und dann back die Sche... Alter. Wo kommst du denn auf einmal wieder her? Hallo? So, jetzt aber hier. Konzentration. Konzentration, Konzentration. Meine Fresse, Alter. Ja, ich habe doch geschossen, wo du da drinnen warst, Mann. Du hässige Kackfigur, Alter. Hallo? Alter, das klippt wieder so rum hier. Ich spinne selbst schon der ganze Rechner rum, Alter. Ich... Dieses Spiel ist nichts für mich, Mann. Mit so einer scheiß schwammigen Steuerung soll man das hier bitte schaffen. Alles klar. Hier speichere ich gleich drauf, Alter. Geschafft. Oh, mein Gott, Digga. Was ist denn das? Vier mal hintereinander, Alter. So, ich konzentriere mich jetzt... ...gleich nur noch auf die X-Taste. Alter, wer liegt bitteschön... ...das Spring auf die X-Taste und das Z zum Schießen, Alter. Das ist schon scheiß Remastered. Und dann ist die Steuerung auch noch so behindert, Alter. Jetzt reicht es mir, Alter. Das ist der Spaß vorbei. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. So, jetzt ist die Schicht im Schacht. Ja, bitte speichern und verlassen. Alter. Jetzt sind die Tassen viel näher beieinander. Jetzt kann man auch hier besser spielen, Alter. Wird die schon viel früher machen sollen. Aber scheinbar mein, dass ein Entwickler damit zufrieden ist, ...das auf die Standardbelegung zu legen. Weißt du, was ich meine? Das Z-Taste, sieht das so aus? Was reg' ich mich überhaupt auf? Ja, komm, bis gut. So, und da ich nicht mehr jeden Anfang sehen will, speichere ich den Shit. Alter, es kann doch nicht wahr sein, dass ich hier am Anfang schon versage, Mann. Runter bitte zur zweiten Etage. So, jetzt einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und dann springt er nicht weit genug. Runter, eins, zwei, drei. Und er glitscht sich da durch! Gleich geht das Spiel wieder aus, Alter. Gleich ist es wieder Feierabend hier, Alter. Ohne Witz, Mann. Denkt man sich, ja, mal eine schöne Runde aufnehmen. Denkst du dir, das Level ist nicht so schlimm wie die anderen? Alter, das ist ja noch AIDS-haftiger als die anderen, Digga. Laden. Du blaue, hässlige Mist gebohrt, Alter. Warum bleibst du nicht da oben drauf stehen, Mann? Glitscht er sich da hinten durch? Das ganze Game ist ein Bug! Oh, Alter. Jetzt rüber! Oh, geschafft, Alter! Beschreiben, speichern. Dankeschön. Wenn man denkt, das Spiel kann nicht schlimmer werden, wird's... Alles klar. Hallo! Alter, wie viele Viecher davon rumeiern. So, das hebe ich mir hier noch auf. Obwohl, kommt noch nicht mehr dran. Ähm, wählen. Alles in Ordnung. War auf jeden Fall das, was ich machen wollte. Das war auf jeden Fall das. Na, komm, das bleibt halt auch nicht. Nachher speichern wir nicht. So, einmal hier den Shit auswählen. Ja, sollt schon ein Scheißding schmeißen, Mann. Hä? Warum stirbt denn die jetzt nicht? Ach, komm, leck mich, Alter. Was ist denn das für hässliche Missgeburten, Mann? Die man nicht töten kann. Ja, fick dich den Arsch, Alter. Ja, jetzt machst du nichts mehr, ne? Wo kam auf einmal vorhin der zweite Typ her? Aus dem Nichts, oder was? Kack ab, Alter. Wo kommen die denn her? Die spawnen einfach aus dem Nichts? Ach, ich bin gleich wieder tot, Alter. Das ist wieder zum Kotzen, Mann. Hallo? Da muss jeder durchblicken. Ich auf jeden Fall nicht. Ja, und jetzt springt er auf einmal da rein. So, und speichern wir hier auch nochmal. Da das Spiel so viel Freude bereitet. Oh, ne, nicht das schon wieder. Zack, verarscht, haha. Hier kommen wir wieder zum Endboss. Oh, die sind ja alle fast gleich konzipiert, die Level. Ich gehe kaputt. Das kann ja lustig werden. Wenn der mich jetzt abfuckt, der hässliche Boss, ne? Ach, komm mal, die Schnauze, ja. Verpiss dich. Aus dem Weg. Ich schaue mir jetzt die Videos mäßig an, welche Reihenfolge man das machen muss, weil sonst hat das hier alles gar keinen Sinn. Weil die Bosse muss man in einer gewissen Reihenfolge erledigen. Was ist denn das? Yo, mach halt nichts. Was ist denn das? Hallo? So, jetzt raste ich, Alter. Jetzt stirbst du. Machst du auch mal Schaden? Er macht keinen Schaden. Jo. So, nicht mit mir, Mann. Demnischer Wichser. Ja, hast du wohl gleich schnell ab? Ja, mal, er stirbt, Alter. Du hässige Wichs gebohrt, Alter. Dieses verpackte Scheißlevel, Alter. Ich habe jetzt rumgeglitsche hier. Puh, endlich werde ich. Na, geht's mal weiter hier? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wie kommt man hier wieder zurück? Ach ja, ich vergaß gar nicht. Das ist jetzt nicht... Das ist ein schlechter Witz, ne? Oh, Alter. Da drückt man Enter, um die Scheiße zu überspringen und dann zwitscht dann dieses Scheiß-Gammel-Level rein hier, Alter. Ach, gleich explodiere ich, Alter. Gleich gibt's eine Atombombe, Mann. Ja, spring halt nicht, Alter. Du hässige Felsch. Spaß dir, Alter. Ja, super, Alter. Macht dir so viel Spaß hier, nochmal diesen Paper Man zu besiegen. Das ist ein Mann, Alter. Das ist ja Wurenso mit seinen Scheißscheren, Alter. Ja, bitte, Mann! Und da spawnen die nach. Die spawnen einfach nach, obwohl man die fertig gemacht hat. Ach, hier gibt's eine Leiter. Warum sagen wir das so geil? Ja, komm, ist gut. Auch in Ordnung. Klettert auch die Scheißleiter hoch, Mann. Ja, schnell durchrushen hier. Das ist in Ordnung. Ach, komm, gehen wir nicht auf den Seiger. Ja, fick dich. Warte mal, man kann sich töten. Lass uns wieder zum Menü zurück, oder? War das Spielstand dann verloren, ne? Ich probier's ja gar mal. Ja, stirb doch mal schneller, Mann. Und weh, ich hab da nicht mehr Guts mehr Ende da. Na, so schlimm war er, nicht zu besiegen. Und Gott sei Dank hab ich noch vorher da gespeichert. Ja, ist der Ipsil weg. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, wen besiegen wir jetzt? Ich würde ja sagen, Alec Man. Oder Bomber Man. Keine Ahnung. Wo ich mir ein YouTube-Video anklauen? Na ja, bis dahin. Macht's gut an diesen erfreulichen, guten, nicht bugfreien Game. Macht's gut. Macht's gut.